wo wir zurück bei YouTube mit dem Joltschillen mit der Johanna und mit League of Legends ja mal gucken ob diese Aufnahme hier in YouTube landet nicht wie die Letzte ja und wen haben wir denn als Gegner Joltschek oder was würd ich mal sagen sieht so aus ich hab in der ich hab in der Mitte Schakow ist es neun oder was ist das denn man Schakow Tricks nee ich sag nix nee ja du kannst einfach die Ulti lassen du musst dich mal Ulti Shaco kommt einfach mit der Kuh da gerade vorbei ich weiß ja man das ist so unferne ja was unferne nee warum weißt du du kriegst so n Typen der nicht mal Morfait spielen können und ich hab jetzt so kriegt man Morfait mit der Hälfte ja das ist erst mal die erste Frage und dann Checko was ist alter in der Mitte du musst zwei gegen eins spielen wenn der Ulti ist ja ist schon bei der Jungen ist es schwer nachdem wir mein Bestes aber muss jetzt du musst jetzt deinem Skin zeigen dass du es drauf hast man sonst verpisst sich dein Skin als Maul mit Leibnissen äh ja ich bin mehr ich hab ich habe in der Mitte was ist das sind für ein Scheiß alter so weiter mit der Kuh ziehst du nur von einem das Leben und mit der Ehe machst du um der Match für alle in der Nähe und Johanna die sie gehen mit Tränschen Schwestern aber Träsch wenn eine Komma macht ist sie tot Digger Fladimir ist ein Konter Junge er hat in seinem Pool und er geht in seinem Pool und ballert den er hat es muss so machen aber wenn er die ich versucht zu gucken muss er einfach in den Pool rein nicht so was in den Pool zu ziehen in die W ich hab Träsch ich hab Träsch wow ok du hast Schrecken du bist am Arsch und schon wieder ein Master E-Jungel ich habe was muss ich machen wenn der mich die W drücken und dann zurück eigentlich könnte ich Träsch ballern ohne Witz hey Schatz ja weißt du was bei uns nice Andi nice ja Digga lass wenn der dich ungefähr hier grab ne und dich ran zieht dann Ulti ihn einfach in den Tower rein habe ich auch mal gemacht Prozent Eier Gelder zieht sich ja nach hinten ne er hat er zieht dich bisschen zu sich aber kommt auch zu dir und dann kannst du einfach in den Tower rein schießen Stimmte Nice Skin Na wen sagt er denn man der Satz nicht zu mir aber ja ist halt ein bisschen blöd wenn man Trash nimmt ne dann kann man nicht farme würde ich mal sagen du scheiß Spannzunschalter immer diese Trolle hens man und ich krieg keinen farm alter kriegst du am Anfang auch keinen farm immer doch farm du musst mit Azea immer ein pushen mach einfach deinen Dings ähm dein Mann auf die Stelle oder so dass du alle drei auf einmal hittest und dann hast du schon mal gefahren drei Minions bei mir ist es so die stellen wir schon vorher die Schwester es ist ja mal über cool dass der einfach das Leben von dir nehmen kann und der kein Mana braucht naja vier Farmen geht schon mal ja klar äh was sind wir als nächstes am besten bei Shaco? man nimmt bei Shaco am besten Rüstung ja oder Jolchen? bei Shaco? ja du kannst Sonja's bauen äh meinst du das ich es benutzen soll dann oder? ja ne ne kaufen damit die Fähigkeit unsere Früstung überhaupt und dann kannst du auch nutzen der schlimmsten Fall Jäger der macht mir gar so ein Schaden guck mal wie daunig sind schon hab Jolchen schon schon sagen der Trash ist geliefert was macht die E was macht die E jetzt ist der geilste Schwester Mitte wird nur gefährlich wenn der Ding macht wenn er seinen Jungler holt war ich der stehlt mir sogar den Kill alter Tower wird den Easy Zechtern was macht er der macht noch ein Outfit der und jetzt habe ich auch noch meine Q 2 mal wie es gilt als die E einmal was soll das man Trash also Marseille ist schon mal tot ihr seid safe ach es ist ein Jungler aus gewesen ja der hat gedive die Seychut hat den Kill bekommen und Dings ist gestorben oh ich will den jetzt töten oder den Trash ich habe meine Frage hat dieser Shake Shaco hat der Talent oder ähm äh Widerheilung oder so nein nein hat er gar nicht aber er hat Puppen und kann uns nicht wahrgehen ja das geht ja also wenn er so eine Wolke macht oder ist der nett oder was ja wo ist er dann dann ist er unsichtbar für ein paar Sekunden ach sooo hm 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 ist dein Ernst Masai Digga was geht bei den Alter der will die Kills egal wie hauptsache Dings der hat die Kills Junge ich hab eben wegge... ich hab den grad mit Flash so getrickst ne der kam zu mir der macht Alpha Strike ne ich werd gestorben ich mach Flash weg der kommt nicht hinterher der ist in meinem Turm der greift mich an kriegt noch ein Turm hittes Tod Idiot keine Ahnung was das eben sollte man kauft schon als erstes Schwert ne oder oder Digga oder du kannst zweites machen aber ich kaufe erst das Buch und dann dieses Dings Gold nicht mehr Einer wie lange ist in der Unsicht dann hol ich mir das hier das hier und dann noch ein paar Tränke und dann passt das Doppelkürlisch so ein Bild in die sich die Richtigkeit wenn ihr euch dann gewesen wäre jetzt nicht mehr ein ein Tier bekommen aber dann muss sie die die denn es zumindest für 30 zu also wie was macht die ulti die ulti macht das doppelt verdoppelt den schädel machten blutlake auf die dings aufs da wo ach so von ihm oder von dir von dir macht sie also wohin du es klickst da wird eine blutlage gemacht und wenn der gegner da drin war wo du es gemacht hast dann kriegt er so was wie ein dings counter von set dann bringt es so alt und da machst du mehr damage und irgendwann platzt es halt ich hab drei külsiger versuch einfach raus und dann siehst du was mit den leuten los oder was verkacken die gerade gegen als ihr so hat wir werden immer besser mit dass sie deswegen verkacken junge 30 los ich habe den vollen nicht mehr gespielt also alter naja der lässt sich von grum töten ich glaube die leute lassen sich gerade mit extra immer so executen damit sie schnell irgendwie weg kommen oder so ist keine ahnung ich weiß nicht naja warten wir mal auf trash auf trash soll spotline ganken oder toplane ich war auf bad der macht genau das was man nicht machen sollte der ist dings zu lange weg gewesen was macht ihr was macht dieser trash hier in der mitte der schon bei wo hast du ja ich glaub ich glaub ich glaub ich glaub ich war scheiße nötig egal learning by doing heißt es doch bist du wenn er jetzt hier rauskommt ist er ihr tut oh johanna zerstört schicko um ihn ich bin nur noch mit dem also so der schatz muss aufpassen der kann sich hinter sich der kann sich hinter die sporten und dann bestohlen dann machst du die blutlage wenn der weg ist machst du die blutlage das bringt eigentlich die laterne die ganze zeit daraus hängen zu lassen jetzt ist ein bisschen falsch an aber damit kann er die seelen aufsammeln soll ich mal Top-Lang gingen und er hat er gewollt gell also wo er gewordet wo hier wo ich glaube nicht da das ist so anfangs da ist ein Busch wo ist der ist zurück, der hatte Angst der ist da, der teleportiert jetzt weg oh fuck alter, hättest du früher gesagt, dann wärst du hingekommen, hättest du ihn gefickt ich hab's nur grad irgendwie gesehen, hab ich nicht gesagt ich glaub wir ballern jetzt mal trash, oder? der denk ich auch, schloss ihn von ihm grabben nice, jungs, nice, da unten halt schon, da ist das tot schon wieder, alter easy, hey, wird da Ding gemacht lol, Bart hat mir hier ein Port gelassen exekuted, was? filter, der hat mir überfühlt was macht denn dieser Ding, alter? so, ich komm, Jörgchen, verlässt du den? okay, ich bin tot ich auch ähm, was musst du dir zuerst kaufen? ähm, was musst du dir zuerst kaufen? hm ihr solltet... Kaufprozess, Rühleis oder Dings, Sonjas, eins von beiden ihr solltet nicht in die Mitte gehen, Digga ja, wir waren schon in der Mitte, wir waren drag die sind zum drag gekommen eigentlich das laufe, der ist mit Ulti, will der mich verarschen? äh, Magie-Penetration, ne? Jörgchen, als Schuhe kaufen, ne? Magic-Penetration ja, Dings, ja Digga, die haben jetzt 900 Gold von uns bekommen, ne? Yolo na der sagt, ich soll die Ulti tromen, wohin? keine Ahnung, ich weiß auch nicht du laufe schmeißen das als ob ich jetzt da in die Ulti trower, da ey, der soll ich jetzt da verpissen, alter ich schwöre es sich, der lockt die Gegner an ne, der sammelt seine Dinger, dieser Spaß, guck ja, aber der lockt die voll, hier in die Mitte die sind ehmessig ja, komm wieder her jetzt ist natürlich trash in seiner Base, ne? da ist er oh oh Traum 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 ist hier, Digga Traum, kommt hoch Bart ist zu dir unterwegs ja, weil hier ist da ist danke mein Schatzi bitte Karma äh, ne, ich glaub der Checker irgendwo hat sich kein Wort hingemacht oder so fuck Checker ist runtergegangen das hier ey, Mann, alter, dann es ist doch mal, Leute doch ey, what the fuck, man Digga, der war die ganze Zeit lag, du hast es sogar gesehen ja, ich weiß, aber trotzdem, weißt ich sag's dem Jungle sogar ich sag's aber scheiße, oder? ich sag's aber scheiße, oder? ähm, Dings, Shaper fehlt immer noch was ist, glaub ich, auf K, ne? der hat zwei Devs, ist danach nicht mehr hier der Farm, Digga ich glaub nicht, Mann ich hab den gar nicht mehr gesehen der Farmblocker Easy Bart ist, guck mal, Bart ist die ganze Zeit in seinem Jungle wegen seinen Dingern der sollte sich trotzdem dort verpissen, alter ey, mal ohne Witz, was ist, was geht bei dem Jungen schief? Anja, auch zu ragen, alter, übertreib mal hin Jölchen ist doch so oh, alter oh, alter nice du bist so OP, du hast vier Geld und du raged ja, weißt du warum? weil der Bart nicht bei dir bleibt und dann die ganzen Typen hochkommen ich fick dir alleine ich fick dir alleine ja, trotzdem, find's nicht lustig, egal dann würdest du auch nicht lustig finden egal ist doch gut für YouTube was ach der Typ kann nicht ganken, ne? der ist so scheuß, ohne Witz, Mann Nein. Der hat Dr. Mundo im Jungle verwendet, Yolchen. Ich will es ja nur mal so anmerken, so, weißt du? Das könnte ja vielleicht deswegen sein. Ich weiß ja nicht. Ein Vögelchen hat mir gezichert. Ist Barsch. Der hat noch bei euch, also Braum. Ist der Braum bei euch? Der ist tot. Der war tot. Ja super du. Ach du Kacke. Oh, Braum ist hier oben, ne? Braum ist runter hier irgendwo, gell Schatz? Pass auf. Ich weiß, ich bleib hier. Ich bleib jetzt hier, leck mich am Arsch. Ich geh jetzt weg. Kein Bock nochmal gekennt zu werden. Yolchen, was kaufst du als nächstes? Somnius, oder? Kommt drauf an gegen was? AD ja, AP nein. Ja, ich geh gegen AP, ne? Deswegen kauf ich mir dann Reliance. Schon mal Reliance Zepter, fertig aus. Der soll ein Drake machen, alleine Schüsse, ja. Ich habe eine Frage, was macht die Ulti noch? Was macht denn der da? Die macht ne Blutlake, wie du die Weh hast. Und wenn du damit den Gegner triffst, dann machst du mehr Damage. Mit deinen Fähigkeiten, der Kuhn wäre eh. Ja. Alter. Doktor Mundus ist immer so scheiße, ne? Der verreckt gegen Trash, alter. Der kann gar nicht ganken, der Typ. Ja, auch nicht. Wollen wir Drake machen? Warte, ich will grad noch einen Kill. Ja. Hey. Kommst du? Ich muss kommen. Ja, ich komme jetzt. Oh, du willst sehen, hä? Mach einfach ne Kuhn. Oder so. Nice Appen, hast es willkommen. Hey, was, was will der? Der hat geflasht, glaube ich, deswegen. Ich mach nur diesen Drake und dann geh ich back. Ich hab 3,2 K. Achten, pass auf. Der Schäger kommt runter. Ja, nice. Jetzt hab ich die Ulti auf Level 2. Okay, der Schäger kann ruhig runterkommen. Okay, da kommst du hier. Ich komm hin. Ich komm Botlane. Ich komm Toplane. Bleib da. Wie viel Leben hast du? Äh, nicht viel. Okay. Versuch in der Blutlasche zu bleiben. Wo ist denn der? Oh, die Ulti. Achtung. Oh. Der ist hier nicht. Tasting und der Abstand. Ah, leiser. Der ist huge. Nein! Mann! Ist doch der, Alter. Der Arme, Alter. Ich höre es dir. Nein! Alter, perfekt predicted, Mann. Ist so. Ich hab auch mal ne Jinx Ulti über die halbe Map abgefeuert, ne? Alter, perfekt getroffen, Mann. Jetzt kommen die alle in die Mitte, wollen die nicht machen. Bart ist gestorben, weil er mich angeguckt hat, wie ich geultiht hab. Jalchen, dein Typ ist hier in der Mitte, ne? Ja, ich bin hier auch. Lol. Dein Red Buff hat gekillt. Äh, ich hat... Lol, ich hatte eine Sekunde Red Buff, Jalchen, äh, noch. Also, Brauns kann auf der Bot, äh, Toplane, gell? Ich bin jetzt aber weg. Verdammter Wichse, Alter. Hätte ich jetzt die Ulti, hätte ich den gedrückt. Lol, das hab ich grad nicht gerafft, doch ich hatte eine Sekunde Red Buff, Mann. Eine fucking Sekunde. Oh, die killt. Oh, die killt. Der killt einfach. Das kommt nicht. Guck mal, wie ich drück, Alter. Nichts so. Entweder ist Asio voll einfach geworden oder die Leute sind einfach nur scheiße. Aua. Alter, die Ulti kommt nicht mehr zurück, wa? Oh, doch, die kommt zurück, glaub ich sogar. Der Masse ist da, Digga. Ey, die Ulti kommt nicht zurück. Wie scheiße ist das denn? Masse ist da, Digga. Lava? Level? Level 4. Guck mal, wo der ist. Andi, One-Shot. Nochmal. Ah, du bist ja tot. Du bist auch tot. Ja, ich bin tot, Digga. Wann zu viel einfach. Ich glaube, Bot-Lane da so kommt sich irgendwie, äh, kommt gerade dann gegen. Das waren einfach zu viele, Jollchen. Da kamen dann vier Leute oder so, weißt? Lass mir den Red-Buff, lass mir den Red-Buff. Lass mir den, bitte. Ah, das ist so ein Sack. Ey, Vladimir könnt ich eigentlich auch mal spielen, Alter, aber nee. Das ist ein geiler Champion. Ich weiß, ich hab den am Anfang voll gehasst, ja. Weil ich ja Lux gespielt hab und der war voll der Konter. Komm her, Junge. Komm her, Junge. Was? Der Flash weg! Oh, hol den, Alter, hol den. Ich will den Orben. Autsch. Nein, ich hab den eignetet, Mann. Sorry, sorry, sorry. Egal, fast schon. Guck mal, wie der schon weg springt, weil er Angst hat. Oh! Gleich mal hier die Waffen. Die Waffen-Seiten. Das ist ein Steierstil, das ist ein Steierstil. Weg, 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 weg. Da macht der Mensch. Ich weiß. Shit, son. Alter. Hier ist ja volles Karneval-Fieber, Alter. Neun. Ja. Shit, Alter. Was macht der denn, Mann? Andi, ich hab 30 Sekunden. Ich komm gleich, ich muss noch aus Klo. Oh, ich hab's nicht verloren. Ich hab's nicht verloren. Oh, ich hab's nicht verloren. Oh, ich hab's nicht verloren. Hach sie? Ja. Hängeblieben, scheiße. Gehst du weg? Ja, ich hab keinen Mahner mehr. Ja, komm. Warte. Töt ihn! Nice. Hättest du nicht gehabt, ja. 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 Hast du geballert? Du hast schon geballert. Du hast schon geballert. Hast du zu? Ja, aber ich war zu warm. Ich konnte sie nicht retten. Ist egal. Johanna, ich glaub, du musst mal shoppen gehen. Ja. Ich mach'n guten Job, also. Pasch schon. Ab den zweiten meisten Damage wahrscheinlich. Vom Spiel. Traven hat den ersten. Das soll's auch sein. Ja. So soll's auch sein. Das ist der Midlaner zweiter. Der ADD erste. Was musst du nach Sonja's kaufen? Kauf so wie ich einfach, Schatz. Außer das Schwert. Kauf Crystal oder Rice-Zepter. Crystal-Zepter. Ja. Ich komme hier. Tschüüü. Schüüü. Nicht alle töten. Hey, der hat die Ulti hierher gefeuert, ne? Die kennen mich nicht für sie. Was? Ich will Trash haben. Äh, Mama. Easy. Ey, meiner mich jetzt. Nein, Mann. Das ist auch meiner. Ja. Ich hab' ja eh'n Turm gekriegt, den ich angehäte. Ja, Anti. Okay. Du glaubst, du klaust auch immer mit das ist hier alles, okay? Sorry. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Das eigen, ne? Hehehe. Scheiße. Oh Scheiße, oh Scheiße, weg ihr! Oh mein Kohlverson Alter, was für ein Gemetzel das hier ist, ne? Ich bin echt dran Ich werde... Und Johanna hat den Kind, hättest du gelassen. Ach du Kaka Oh, ich glaub, keiner beendet Jojo Der flecht sich da raus Ist so Ach ja, Digga, der, ja Ich glaub, wir haben gut genug gecarriert Ist so Ich glaub, das wird ein gutes Video für Youtube Am Anfang Rage Da lacht sich dann jeder schlapps Am Ende übel Das abfacken Verrückt ist es Man, also hier ist nicht mal so leicht zu spielen eigentlich Go for D Hey, Junge, das hat wieder voll Bock gemacht in der Mitte zu zucken, Alter, ich hörst ja Kein Jungle mehr Na, doch, schon noch Aber mach du nächste Runde Jungle, ich will trüß das Feld noch, okay Was? Da wollte ich mir mein Red Buff klauen, da hab ich ihn einfach getötet Easy, easy, easy Ich hab einmal einen Clip gesehen auf Youtube, na ja, das Raven Die Ulti über die ganze Map gefeuert, ne, und hat ein Fünffachkill einfach gemacht Weißt du, die waren alle in einer Reihe gestanden Der war halt der Overposer von allen Und macht einfach einen Penta mit einer Ulti Ist dein Ziel, oder? Ja, als schon, ist dein Ziel, oder? Den hab ich jetzt nicht bekommen, mann Hehehe Mann Komm, wir machen die Top-Botlanen hier Oh der kann schlecht fahren, der Mundo Ja, das ist ja auch nicht Ja, genau Na Braum, wie geht's dir? Hehehe nicht Prozent die Geisheit und Tänk einfach mal gerade ausgeschaltet ohne Gnade Junge Gebekehle Prozent der müsste irgendwo sein nun du wichst auch ne glaubt er mir mit der Ulti den Kill können es sein nein das war keine Ulti das war ein 2 Hits guck mal wie ich den aufgehalten hab oh der Bart einfach mal einen Tunnel durch den Hibido durch die Zerstörten in Hibido bitte Schnell ist ein Mensch oder Ooooooh Asi carried